Je höher man kommt, desto schwieriger wird. So ist das Leben. Also, seit wann kennt ihr zwei euch? Wir waren wie Brüder. Als Dame zurückgekommen ist, ist auch all die Scheiße zurückgekommen. Es gab sicher mal eine Zeit, als Damien für dich da war. Aber jetzt ist das nicht mehr so. Bevor ich verknackt wurde, war ich der Beste. Beste Feugling, Bro. Ein Schwindler. Sitz mal dein heiliges Leben in der Zelle. Und sieh, wie ein anderer dein Leben lebt. Ich fang gerade erst an, kleiner Bruder. Ich hole mir jetzt alles. Er wird nicht aufhören. Dann bring ihn dazu. Den einzigartigen Adonis Creed darf ich heute begrüßen. Der beste Boxer der Welt. Es ist eine Weile her, dass du in der Szene unterwegs warst. Also hast du vielleicht nicht mitgekriegt, was man über dich sagt. Als ich aufgehört hab mit dem Boxen, hat es einiges gegeben, was noch offen war. Siehst du den Mann da? Erinnerst du dich an ihn? Lass nicht zu, dass er alles zerstört. Du stehst da und bockst. Ich will, dass du anfängst zu kämpfen.